Ist das so? 24er? Ja? 24er Mountainbike. Ich guck mal eben vorne. Ah, ist keine Luft drauf. Hinten. Ich weiß nicht, ob nur gepumpt werden muss, braucht es keine Luft drauf. Verschieben große Räder. Verschieben große Räder, das ist gut. Verschieben große Räder sind super. Vorne kleiner als hinten, man fährt immer bergab. Merkt euch das. Wichtig. Und wir als Fahrradfahrer nicht bergauf haben. Wenn Rad vorne kleiner als hinten fährt, dann fährt er immer bergab. Es ist eine Sram oder irgendwie Max-Schaltung da dran. Es sind Bremsen dran. Mal eben gucken hier. Vorderbremse funktioniert. Rückbremse funktioniert auch. Könnt ihr sehen. Es ist da eine Schaltung dran. Ich vermute mal ungefähr 15 Gänge. Bin mir nicht ganz sicher. Könnt ihr selber zählen. Also, wer macht ein erstes Angebot? Wer macht ein erstes Angebot? Gut, dann mache ich ein erstes Angebot. Sagen wir mal, wenn ihr so zurückhaltend seid, zwei Euro. Wer ist bereit, zwei Euro für so ein Fahrrad zu geben? Keiner? Der Hund. Okay. Und? Hast du dein Pumper hier dabei? Hast du wenigstens dein Fräuschen dabei? Also, bietet jemand mehr als dieser Hund? Jetzt kannst du auch in 50 Cent beträgen machen. Hallo? Jetzt kannst du in 50 Cent. 2,50 Euro, dann ist der Hund aus dem Rennen, dann freut er sich. Dann kriegt der Hund da sich direkt eine Wurst. Geht auch 2,20 Euro. 20? Ist ja bereits 2,10 Euro, damit der arme Hund nicht hier mit dem Fahrrad nach Hause muss. Okay, das ist jetzt nicht so ein Renner. Dann würde ich sagen, müssen wir das erst mal zurückhalten. Okay. Das nächste Rad.